Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn Sie gerne gute Teigwaren haben, ist Ihnen der Name Gala sicher nicht unbekannt. Gala bedeutet nämlich seit langem Garantie für beste Qualität. Und übrigens auch für einen abwechslungsreichen Teigwaregenuss, weil verschiedenste Sorten und Formen hergestellt werden. Und das hier ist das Qualitätsgeheimnis der Gala-Teigwaren. Bestes Hartweizengris macht sich hochfest und gibt einen Biss. Dann kommen die Eier für eine schöne Farbe und mehr Nährwerte. In Italien, wo man ja bekanntlich weiss, was gut ist, da macht man Teigwaren auch heute noch meistens selber. Man walzt den Teig aus und schneidet ihn dann in Streifen. Ja, und dem traditionellen Verfahren sind die gewalzten Fäufeiernudeln von Gala nahempfunden, die sie auch bei Coop bekommen. Nach dem Mischen der Zutaten wird der Teig echt gewalzt und nicht mehr gepresst, wie bei normalen Teigwaren. Da werden die Gala-Nudeln zu schönen Nestchen gewickelt, zum Trecknen weitergeleitet und dann sorgfältig verpackt. Lassen Sie sich von der Qualität dieser Gala-Fünfeiernudeln überraschen. Durch das Walzen kommen Sie einen besonders feinen, kernigen Geschmack über. Sie sehen den Unterschied sofort an der samtig-matten Oberfläche und es gibt sie als breite Nudeln, als Nestli und als Nestli mit Tomaten und Spinat. Für heute hat uns der Coop-Metzger ein Rindsbrot empfohlen, und zwar ein preisgünstiges Stück der Schulter. Das Fleisch wie immer auf allen Seiten gut anbroten, eine besteckte Zäbele dazugeben und ein geschältes Rüeble. Ablöschen und alles zusammen 1,5 bis 2 Stunden zudeckt auf kleinem Feuer lassen. Als Beilage empfehle ich Ihnen zur Abwechslung einmal süss-sure Feige. Dazu braucht es Rotwein, Rotweinessig, Senf, Zucker und ein bisschen Gewürz. Das alles ein bisschen aufkochen lassen und dann die Feige reinlegen. Sie sehen, es sind dort die Feige. Die müssen in diesem Saut jetzt ziehen und je länger sie ziehen lassen, je besser wird nachher die Soße. Diese süss-sure Feige servieren Sie zum aufgeschnittenen Rindsbrot. Gelusten Sie das Rezept? Probieren Sie es aus. Einen guten. Und was natürlich auch noch zu so einem Braten passt, sind eben die gewalzten Nudeln. Und was Sie zum Beispiel bei Coop am Morgen wieder günstiger können einkaufen, zeigen wir Ihnen gerade anschliessend. Zum Anfang die aktuelle Blumen-Offerte. So einen schönen Rosenstrauss kostet nur 5,90. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop alle 900 Gramm und 1 Kilo Reisssorten sind 40 Kappen günstiger. Zum Beispiel eine Packung Uncle Ben's, statt 2,95 nur 2,55. Ein Liter Coop Sonnenblumenöl, statt 4,20 nur 3,70. Ein Kilo Coop Feinkristallzucker, statt 1,25 nur 95 Kappen. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag ein Beutel an 500 Gramm Brüsseler Chicorée nur 1,50. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017